Hey ho Leute und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge, nun ja, zur ersten Folge Kurs, genau, mit dem Flo. Ja, ähm, der wievielte Versuch ist das jetzt aufzugeben? Keine Ahnung, der dritte? So, auf jeden Fall, ähm, nach dem Intro sehen wir uns dann wieder in der Runde. Bis gleich. So, wir sind nun in der Runde drin. Und ja, ähm, Flo, wo bist du? Bist du schon, dich, äh... Ich bin total russisch. Okay, nice. Was? Okay. Also, wer Kurs nicht kennt, eigentlich sollte es jeder kennen, aber wer es nicht kennt, Kurs ins Spielmodus, äh, wo es eben halt Kerne gibt. Und einem Scheib Press. Okay. Ich geh jetzt zurück in die Base, weil ich hab die Schneebälle gelootet. Okay. Okay. Also, wievielmal haben wir schon okay gesagt? Also, äh, also, äh, also, wer, wenn jemand, also, wer, äh, mitgezählt hat, wievielmal wir schon okay gesagt haben, äh, schreibt mal in die Kommentare. Äh, ich werd's zwar nicht angucken, aber schreibt's trotzdem in die Kommentare. So. Ich hab hier eine Kiste aufgestellt. Hier drinnen. Äh, Flo, komm mal. Äh, äh, ich hab hier zwei Instant Damage Potions. Let's go, let's go. Let's go. Also, äh, ich hab noch nicht fertig erklärt, nämlich... Äh, also, Kurs ist ein Spielmodus, äh, wo einfach, äh, also, man hat Kerne einzelne. Kurs sagt's hier schon eigentlich. Und die gegnerischen... Achtung, wir haben auch gegriffen. Okay, das ist nicht sehr geil. Also, äh, es gibt, äh, halt, äh, Kerne. Nein. Nicht dein Ernst. Und die müssen halt... Also, das gegnerische Team baut halt die Kerne ab. Und, sozusagen. Äh, und Jan. Oh, lol. Oh, ich will nicht sterben. Nice. Ich hab einen. Aber ich ess mal hier einen Goldapfel. Äh, Flo, komm mal zurück zum Spawn. Am besten, wenn du kannst. Bin einen am Racken. Okay. Also. Ich hab dir nämlich, äh, ein, äh, ähm, ein Heiltrank auf Stufe 2. Ja. Cobwebs ganz viele. Und auch, äh, ein Stack Schneebälle. Ich glaube... Achtung, ich könnte Hilfe gebrauchen. Soll ich kommen? Ja, ich komm einfach. Oh. Sie haben den. Was schreibt der? Okay, warte. Flo, Flo, Flo. Warte. Äh, guck mal in diese Kiste permanent rein und hol alles raus, äh, was da drin liegt. Also, hol alle guten Sachen. Also, einmal einen Instant Damage Potion. Nein, ich kann das Zeug schlecht gebrauchen, weil ich eh sterben werde. Hm, okay. Dann, äh, lege ich einfach mal die Hälfte ab in die Kiste. So, okay. Ich mach mich weg von denen ab. Es gibt übrigens einen kleinen Trick. Und zwar, die Eisenachs macht genau gleich viel Attack damit wie das Steinschwert und sie baut Holz schnell ab. Das ist nämlich unser Vorteil. Also, sie ist genau gleich stark. Da ist einer mit dem Bogen. Warum man kann dabei nicht, nicht blockieren? Ja, das ist nicht sehr geil. Aber, es macht gleich viel Attack Damage und ich blockierte eh nie. Daher bringt mir das nicht viel. Aber er... Ich bin nicht der übelste PvP-Dude. Da ist einer... Da ist einer vor meiner Nase runtergefallen. Nein, Sir. Ja, wirklich. Okay. Diese Runde könnte kritisch werden. Ja, weil wir haben schon... Da ist ein Bow Spammer am Start. Nicht mit... Mir! Nicht mit mir! Okay, ich hab ihn. Nice, Alter. Doch, mit dir. Ja, schon mit mir. Der hat ein Diaschwert. Der hat ein Diaschwert. Der hat ein Diaschwert. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich hau ab. Ich bin fast tot. Hilfe. Goldäpfel. Nice. Nein! Nein! Ja! Alter! Ich glaube, ich bin am Pixel angekommen. Ich gucke in der Aufnahme nach. Auf jeden Fall... Ja. Ist halt so. Es passiert manchmal in Kurs. Also... Ist das eine neue Map übrigens? LOL! Ich hab einen einfach vier Wolle abgeschossen und der ist nicht gestorben. Achtung! Einer kommt! Einer wird zu uns kommen. Ach! LOL! Der hat noch zwei Herzen und der hat ein Diaschwert und nicht ein Steinschwert. Aber er ist tot. Nein! Also er hat zwei Herzen gehabt. Echt? Okay. Die Welt hat nicht getötet. Nice. Okay. Also ich geh jetzt mal auf den anderen Griff von ihrem Chor, weil das wär sehr nützlich. Da ist nämlich... Da ist nämlich... Da ist einer! Hau ab! Der... Also der Einte leckt übelst. Pass auf! Ah, bist du das? Das bist ja du! Ja, das bin ich! Das bin ich! Nice! Ich hab einen... Bitte! Nein, du kommst hier nicht über die Brücke. Okay. Ich bin schon bald bei ihrem Chor. Der right Chor! Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich kann nicht, aber ich versuch's. Ich bin hier grad nämlich... Okay. Ich weiß nicht. Soll ich zum roten Chor gehen, oder? Warte, warte, warte! Komm ab gleich. Soll ich zum roten Chor gehen, oder? Als ob der das... Als ob... Ich bin auf dem Block gewesen. Ich hab geschiegt. Stimmt. Stimmt. Alter. Egal. Das war grad peinlich. Ja, das war echt peinlich. Für mich ja auch grad. Aber wir... Ich verteil... Ich verteidige... Ich verteidige... Äh... Gerade... Also, ich hab gerade die Mitte verteidigt. Alter, wär ich jetzt runtergefallen, ne? Das wär so peinlich geworden, ne? Weißt du, der guckt mich nicht mal an und schießt mich ab. Also, der hat neben mich geguckt. Neben dich? Du glaubst die Uhr einfach trotzdem dran schießen. Ja, aber wenn... So etwa ein Block daneben. Neben mich. So mein ich das. Der eine legt voll. Okay. Der Typ... Haben die sich rüber... Rübergebaut, oder hat der Jumboos gehabt? Okay. So. Ist auf dieser Map Wasser? Nee. Natürlich nicht. Wieso auch? Nicht dein Ernst. Ah! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Nein! Nein! Okay, aber ich hab den, glaub ich... Ja, der Alter, der hat regeneriert noch in der Zwischenzeit, wenn ich gefallen bin. Aber ich glaub... Also, ich denke, der hat das so um die zwei Herzen, oder? Weißt du was? Nächstes Mal mach ich Damage-indicate rein, Alter. Ohne Spaß. Damage-indicate, nützt nicht so. Sie hat's ausgewacht. Echt jetzt? Mhm. Okay. Nicht verboten. Ah, echt? Hab ich gar nicht gewusst? Okay, dann nehm ich nicht. Nein, es war nicht verboten. Es, ähm... Funktioniert einfach... Das war grad so peinlich. Ich bin gegen einen Blockersprung. Es war an die Kante eines Blockers. Es macht einfach, dass... Jede Zeit, ähm... Siehst du... Meinst du, ähm... Dass, ähm... Dass, äh... Er über 10 Herzen hätte. Äh... Äh... Ja, das heißt eigentlich 20 HP. Ja, das heißt eigentlich 20 HP. So. Äh... Die machen wohl... Wohl gerade Dual Squad. Also, die ballern zu zweit mit dem Bogen. Ne! Ne, ey! Du kommst hier! Aaaaaah! 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 Ich hab grad einen gekriegt mit drei Herzen. Alter! So, zubauen. Aber ich hab genau einmal geblockhitted und... Aber ich hab die ganze Zeit fast nur gecritted, ne? Und Skype ist abgeschmiert. Tja! Die Qualität von dir ist grad richtig schlecht. So, ich hab mir hier grad so eine Base aufgebaut, dass ich hier ein bisschen Deckung hab. Hinter wie... War da nicht hinter mir ein Block? Oder... Denk ich das nur? Aber... Alter, ich hab den schon gut gehütet, ne? Er hat jetzt nur noch zwei Herzen. Also, noch nebenbei einfach so, ähm, als Thema noch nebenbei, während wir hier kurz spielen. Ähm, wenn ihr Ideen habt für andere Server und Spiele, die es da drauf gibt, schreibt sie einfach in die Kommentare unten, wenn ihr irgendwelche bestimmten Spiele, also coole Spiele kennt und die... Die Server-IP von diesen Spielen... Okay, ich hab da ein halbes Herz. Und der hittet mich von der Insel. Mit der Hand. Oder? Nee, das... Okay. Ja! Jetzt, äh, jetzt, äh, äh, müssen wir... Also, wir... Äh, Flo, wir machen jetzt zu zweit ein Battle gegen ihren Chor. Ja, mal drüben. Und schon drüben. Uah. Nee, Alter, du ballerst mich nicht ab. Okay, er hat mich getroffen. Oh, nee! Die kommen von der... Achtung! Die kommen von der Seite! Die kommen von der Seite! Komm schon! Komm schon! Ey! Der hatte anderthalb Herzen! Alter! Und ich hatte den eigentlich noch einmal gehittet am Schluss. Achtung! Unser Right Chor! Das ist der einzige Chor, den wir noch haben, Alter! Also... Nicht gut! Wie sind die... Da ist ne Brücke! Da ist ne Brücke! Nicht wahr! Sterb! Geh sterben! So! Ich geh jetzt! Also... Hilfe, dann komm! Hilfe! 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 Du bist kurz! Ich bin tot! Okay, komm! Ich baue jetzt unseren Chor so hart ein, dass es etwas dauert, bis man an den Rand kommt. Warte! Und am besten verkrafte ich mein Holz noch. Dann habe ich mehr... So! Ähm... So! Zack! 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 Okay, komm schon! Komm schon! Komm schon! Okay! Eingebaut! Nice! 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 Ähm... So! Okay! 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 Das war grad so peinlich! Okay! Ich glaube, ich werde diese Folge die peinlichste Runde ever nennen! Wahrscheinlich! So! Okay! Team Blau! Ah! Wir haben gewonnen! Nice! Äh... Aber... Lustiges Spiel eigentlich! Also... Mir hat's gefallen! Ähm... Wollen wir beenden oder nach einer Runde hinten dran packen? Nein, wir nach einer Runde hinten dran packen! Okay, nice! Weil diese Runde war richtig spannend! Okay! Aber erst nach einem kurzen Cut! So! Wir sind hier nun in der Runde! Wieder nach diesem... Alter! Was ist das für eine Map? Ich auch nicht! Ich glaube, das ist einer der Neuen! Ich auch nicht! Ich auch nicht! Das ist einer der Schieber! Neue! So! Okay! Ich gehe direkt auf ihren, äh, Korra drauf! Ja! Ich auch! Ah! Du bist ja hier... Ne, Alter! Hä? Wie? What? Der macht Longshots! Komm! Geh sterben! Ach du! Wir wurden von der Seite gerade beballert! Okay! Ich mache hier gerade mal so eine kleine Schutzwand, damit wir hier nicht direkt sterben! Komm! Okay! Und los! Rüber! Wir müssen rüber! Rüber! Wasser! Wasser! Rüber! Als ob er mich im Flug getroffen hat! Hilfe! Wasser! Ich hab... Junge! Wie konnte der mich treffen? Ich war hinter zwei Blöcken! Der hat oben einen Pizzen von Gerhard Weiß geschockt! Das muss nicht unbedingt... Es kann sein, muss aber nicht! Okay, aber... Aber es war so! Ja, das... Ich bin bei der im Korb! Okay, dann bau ab! Bau dich ein und bau den Korb! Achtung! Einer kommt! Okay! Einer hat mich gerade rüber geboostet! Das ist sehr... Bau dich! Bau mich ein! Bau mich ein! Ich bin gleich tot, Alter! Bau dich ein! So! Zack, zack, zack! Hilfe! Da ist einer! Nein! 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 Ich hab dich einge... Wow! Red Story! Wow! Ich hab den einmal mit der Hand gehittet, damit ich da einen Block platzieren könnte! Er ist auf die Seite gesprungen! Ich konnte trotzdem noch keinen Block platzieren! Okay, aber jetzt gehen wir volle Pulle auf jeden Korb! Peinlich! Boah! Das war grad richtig peinlich! Okay! Hä? Leute! Das war die lange Range! Wenn er einen geilen Finger hat! Alter! Wie... Das ist... Ich glaube das ist ein richtig... harter Bow... Äh... Trainer! Nice! Da vorne ist einer, der ist richtig gut, was Bogen angeht! Komm, den killen wir! Kritten! Nice! Achtung! Da kommt einer! Da kommt einer! Ey! Hau ab! Nice! Ich bin fast tot! Vier Herzen hab ich! Komm! Wir gehen intensiv auf den Korb! Ich hab zwei an Gold! Ich hab zwei an Gold! Was? Achtung! Da ist er! Oh! Hilfe! Der ist tot! Achtung! Ich hab ein halbes Herz! Goldapfel! 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 Komm schon! Regenerier mich! Du blöder Apfel! Boom! Komm schon! Nice! Alter! Alle ballern immer auf mich! Mann! Das ist doch... Probier den Korb dann! Putz, Digga! Ein Shot! Nice! Da kommt einer! Da kommt einer! Die haben ihr Lava platziert! Lol! Alter! Sind die dumm! Das ist richtig assi! Ich baue dir die Lava zu, ok? Da! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Komm schon! Nice! Nice! Ich hab... Ich baue deren Korb grad ab! Also ich versuch's! Ich bin dran! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Bitte gib Gas! Übrigens! Die Chors gehen, glaub ich, schneller kaputt mit dem Schwert als mit der Spitzhacke, oder? Komm schon! Wenn jetzt einer kommt, das wär so scheiße! Nein! Okay! Ich hab deren Korb auch! Okay! Ich wurde grad getötet, aber das macht nix, denn ihr Korb ist jetzt weg! Hey! Droppt man den Korb, wenn man stirbt? Ja! Das ist nicht deine! Aber kann man den wieder platzieren? Nein! Nein! Ja! Weil wenn ja, dann... Hätte ich diese Aktion umsonst gemacht! Als ob der mich einfach im... Alter! Ich lau... Laufe! Er schießt mich ab und ich flieg zur Seite raus, obwohl er mich von vorne... Hörst du nicht? Ne! Nee! Du kommst hier nirg... nirgendswohin mit unserem Korb hier zu bauen! Ganz hässlich zugebaut! Ich weiß! Da kommt einer! ja also wir haben so gute chancen wir sind so viele ich bin jetzt bei diesem korrekt und du da du bekommst jetzt kombo von mir okay nice goldapfel sonst bin ich tot weiter zum korps zum korps ich gehe zum korps als ob da zwei blöcke fehlen das ist nicht dein ernst oder da fehlen zwei blöcke und ich wäre eigentlich rüber gesprungen aber ich bin etwa zwei pixel das kann sein der hatte noch drei herzen als er mich umgebracht alter bekommt man so viel also bekommt man so viele denn sie ist durch eisenrüstung wir müssen unbedingt erinnert wie kann der mich wie viele sind das alter gibt es hier TNT oder so wäre nämlich geil dann könnte ich es da rein platzieren und da alles macht bumm ah wir haben gewonnen ja gg ähm knackige ähm runde auf jeden fall äh wollen wir noch eine runde hintendran hängen oder machen wir noch eine kurze arktik runde ja genau kurze runde obwohl ne ich glaube die folge ist jetzt schon drei jahre lang egal ähm ich würde sagen das wäre es für die heutige folge gebt ein daumen hoch wenn sie euch gefallen hat äh und wenn sie euch nicht gefallen hat gebt trotzdem ein daumen hoch und dann tschau leute tschau �nd h tschau Bis zum nächsten Mal.